Ja, ganz herzlichen Dank von mir, Frau Nick. Ich darf Sie gleich auf der Bühne behalten, denn wir starten direkt in unsere erste Panel-Diskussion und ich freue mich sehr, dass Sie Teil davon sind. Ich gehe schon mal hier an meinen Platz und genau, wir diskutieren jetzt nämlich genau da gleich weiter, wo Sie mit Ihren einleitenden Worten praktisch aufgehört haben. Wie kriegen wir eine Innovation in die Landwirtschaft, um sie nachhaltiger zu gestalten, ökologisch, digital, resistent. Wir dürfen uns schon mal setzen, glaube ich, bevor wir auch die anderen Gäste auf die Bühne holen. Ich darf nämlich außerdem begrüßen noch drei weitere Gäste, die zu uns kommen, um mitzudiskutieren und zwar einmal Andreas Heckmann. Er kommt ursprünglich vom Hof, arbeitete nach dem Agrarstudium im Agribusiness und hatte da die Idee für Agvolution und ist schon direkt auf dem Weg nach die Bühne. Wir applaudieren schon mal, da stelle ich noch ein bisschen weiter vor. Gerne schön hochkommen. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, dann wurden einfach sozusagen aus der Praxis heraus Probleme erkannt. Während der pflanzenbebaulichen Beratung fehlten immer die entscheidenden Daten, vor allem die Feldwetterdaten, um hier eben zu verlässlichen Erkenntnissen zu kommen. Und deswegen ist sozusagen der Beweggrund zur Gründung von Agvolution auch einer, den wir hier auf der Bühne gleich diskutieren möchten. Wie soll man ohne die richtigen Daten und wesentlichen Indikatoren eigentlich ökologische Entscheidungen treffen können? Toll, dass sie bei uns sind. Prima. Und vielleicht noch mal einen Applaus. Außerdem freue ich mich jetzt sehr, auf der Bühne begrüßen zu dürfen Charlotte Rotert. Sie ist die Gründerin von Galaxis, einer Wissensplattform für Landwirte und hatte auch einen sehr spannenden Weg dahin. Nach der Ausbildung fing Charlotte ursprünglich als Hertzwoman an, dann später als Herdenmanagerin bei der Eldermilch GBA. Ja, und ja, wurde hier dann so oft nachgefragt in ihrem Wissen, was sie sich da angeeignet hat von unterschiedlichen Landwirten, dass sie sich entschlossen hat, 2017 sich selbstständig zu machen und seitdem unterschiedlichste Betriebe berät und eben auch die Plattform Galaxis gegründet hat. Jetzt ist hier noch ein Platz neben mir frei. Genau, und dann ist es nämlich einfacher, glaube ich, mit dem Bühnenaufgang von der Seite, um die letzte und last but not least Personen auf der Begrüne zu bedürfen. Aber erst mal noch einen Applaus für Charlotte. Und last but not least Jörg-Andreas Krüger. Er wurde 2019 erst mal zum NABU-Präsidenten gewählt. Seit 2020 ist er außerdem Mitglied des Rates für nachhaltige Entwicklung. Und seit Herbst 2020 im gesellschaftspolitischen Beirat des RKTEC-Projekts Wissen technologischer Wandel gestalten, Transparenz, Dialog und Beteiligen für gesellschaftlichen Konsens. Außerdem Mitglied im Kuratorium Umweltstiftung Michael Otto und im wissenschaftlichen Beirat UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen seit Sommer 2020 und seit 2023 auch im Kuratorium der Stiftung Naturschutzgeschichte und im Rat der Agora Agrar Aktiv. Schön, dass Sie auch bei uns sind. Herzlich willkommen. Ja, wie schon gesagt, wir wollen jetzt diskutieren, ökologisch, resilient, digital. Wie gelingt eigentlich das Update für die Landwirtschaft? Sie haben die großen Herausforderungen in der Eröffnungs-Keynote bereits geschildert. Es ist sehr viel sozusagen Druck. Einmal der digitale Wandel, aber natürlich auch die Aufgabe für die Landwirtschaft, in eine Vorreiterposition zu kommen, was Nachhaltigkeit angeht. Das heißt, es geht um Artenvielfalt, um Bodengesundheit, um den geringeren ökologischen Fußabdruck, die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsteile, die erreicht werden sollen. Und gleichzeitig aber auch der steigende Druck, aufgrund des fortschreitenden Klimawandels resilienter zu werden und Lebensmittelversorgung zu sichern. Wo denken Sie, ja, geben Sie die entsprechenden Rahmen zur Unterstützung, um all diese großen Herausforderungen gleichzeitig mitdenken und mit bearbeiten zu können? Ja, hört man mich? Ja, Sie haben es natürlich schon gesagt, weil Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, sondern die Herausforderungen, die vor uns liegen, die sind immens. Ich war vor drei Wochen in Marokko, da gibt es seit fünf Jahren eine wirkliche Dürre, ganze Plantagen sterben und dann gibt es aber wieder, und das ist eben das Spannende, zum Beispiel Bewässerungstechniken, wo in den Bäumen Sensoren sind, also nur große Plantagen, ein paar Bäume haben diese Sensoren und wenn die unter Wasserstress gelangen, dann melden die das und dann wird die Tröpfchenbewässerung hochgefahren. Also da sieht man schon, wie Digitalisierung, Automatisierung den Entscheidungsmöglichkeiten eben absolut helfen und auch bei Klimaanpassungen natürlich helfen und das ist eben ein ganz spannender Ansatz und so sehen wir das auch. Wir sehen die Probleme Klimaschutz, Artenschutz und all das und unterstützen da wirklich in ganz, ganz vielen Projekten und Feldern und auch mit einem hohen finanziellen Aufwand tatsächlich Digitalisierung. Vielleicht da nur eine Sache zu nennen, wir haben zum Beispiel 14 Experimentierfelder, wo eben auch wirklich auf landwirtschaftlichen Betrieben, aber mit Wissenschaft, mit Start-up, mit all wirklich, also dass man wirklich zusammenkommt und da gemeinsam lernt, da gemeinsam forscht und natürlich, dass dann auch Landwirtinnen und Landwirte kommen, Dinge erproben, aber eben auch mit dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung, Sie haben ja schon gesagt, die sind schon ziemlich fit, alle unsere Landwirtinnen und Landwirte, aber die sind eben auch wissenshungrig und da stellen wir eben Möglichkeiten zur Verfügung, dass wir dieses Thema eben pushen, vorbekommen und haben da große Hoffnungen, aber da sind auch wirklich ganz, ganz tolle Sachen dabei. Und Sie denken dann praktisch auch immer das Thema Resilienz und Innovation mit. Das heißt, das ist sozusagen eine Klammer, die sich gleichzeitig bildet und es wird nicht priorisiert auf der einen oder anderen Seite. Nein, also ja, priorisiert wird natürlich die Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht und natürlich auch das Tierwohl. Ich bin ja von Haus aus Tierärztin und natürlich ist der Mensch in Kontakt mit dem Tier ganz, ganz wichtig. Also das will ich überhaupt nicht herausnehmen, aber es hilft ihm, wenn er sieht, wie oft, wie ist schon mal die Temperatur der Kuh, wenn die ihre Halsbände haben, wie oft bewegt die sich und dann kann ich hingehen und eben gucken, was da ist. Aber natürlich auch Reinigungsroboter, wir wissen, es ist alles sehr arbeitsintensiv und auch da eben, wenn dann eben unterstützt, das ist auch eine ganz tolle Sache. Und vielleicht noch als Letztes natürlich im Ackerbau oder auch im Gartenbau sind die Maschinen zum Beispiel dann auch oft leichter. Auch das ist, was Bodenschutz und so weiter angeht, eine große Chance. Und ich glaube, wir stehen da gerade erst am Anfang. Dankeschön. Wir wollen in dieser ersten Runde erstmal ein bisschen mappen. Wo sind die großen Themen? Wo sind die Möglichkeiten? Vielleicht ganz kurz, hier sind noch ein paar der besten Plätze im Haus frei, weil ich sehe, dass einige von Ihnen doch noch Stehplätze haben. Also trauen Sie sich, es gibt nur freiwillige Publikumsbeteiligung heute. Genau zu diesem Thema habe ich letztes Jahr auf der Digital Farming unheimlich viel gelernt. Wir haben in einem Tierwohlpanel zum Beispiel über Sensorik im Teambereich für bessere Geburtsversorgung von Tieren gesprochen. Themen, über die man so tatsächlich, wenn man jetzt nicht in diesem Bereich spezifisch arbeitet, gar nicht nachdenkt, aber ganz neue, spannende Fragestellungen auftun. Jörg-Andreas Krüger von Sensoren für Tierwohl bis Erntroboter. Wenn Sie sich so das ganze Feld angucken, wo sehen Sie die größten Chancen im Bereich Digitalisierung für ökologische Landwirtschaft aktuell? Also momentan sehen wir ganz, ganz viele Chancen natürlich überall da, wo es darum geht, effizienter und sparsamer mit Inputs umzugehen. Für die Naturkrise und die Klimakrise ganz wesentliche Treiber sind ja die Düngemittelausträge aus der Landwirtschaft und der Pestizideinsatz. Da kann Digitalisierung natürlich total helfen. Es ist eben schon mal angeklungen, ohne Daten kann man keine Entscheidungen fällen. Das ist das eine. Das zweite sind eben diese Spot-Spraying- und Precision-Farming-Ansätze, die digital natürlich getragen sind. Und es gibt natürlich auch noch bis hin zu Fragen von automatisierten Robotern, die dann irgendwann vielleicht über die Ackerflächen gehen und den großen Einsatz von schweren Maschinen nicht mehr erforderlich machen. Da gibt es schon unglaublich viel, was Mut macht. Ich möchte aber einen kleinen Tropfen Wasser sozusagen in den Wein auch geben. Es wird nicht reichen, um die Klimakrise und die Naturkrise in der Landwirtschaft komplett zu beenden. Also bei den Digitalisierungsdiskussionen sollten wir nicht der Versuchung unterliegen oder eher liegen, zu sagen, das ist jetzt die Lösung für alles. Also wir werden andere Landwirtschaft brauchen. Die sehr starke industrialisierte Ausrichtung der Landwirtschaft, die wir uns in den letzten 20, 30 Jahren angewöhnt haben, kann unter dem Klimawandel und kann in der Naturkrise keine Lösung mehr sein. Aber Digitalisierung kann helfen, das Ganze wirtschaftlich zu gestalten. Das kann auch helfen, sozusagen die betriebswirtschaftlichen Modelle der Landwirte zu halten, sodass dann über Markt und Unterstützung eine Honorierung für Landwirtschaft auch leichter ist. Wir finden, und das war ein wesentliches Ergebnis der Zukunftskommission Landwirtschaft, Landwirtinnen und Landwirte müssen für ihre gesellschaftlich erbrachten Leistungen honoriert werden. Und diese Kosten können natürlich nicht ins Ultimo steigen, weil Geld ist knapp. Und da kann ein effizienter Einsatz digitalisierungsgestützt sehr, sehr stark helfen. Vielleicht noch mal kurz, wo Sie die anderen Hebel sehen, für diese Transformation der Landwirtschaft insgesamt. Kann Digitalisierung bei diesem Kulturwandel auch unterstützen? Braucht es noch mal andere, auch politische Rahmenbedingungen oder auch vielleicht eben andere Innovationen, um die Skalierung dessen auch möglich zu machen? Ja, ganz definitiv. Ich fange mal mit einem ganz praktischen Beispiel an, das mit einer Art von grüner Infrastruktur zu tun hat. Wir haben über die letzten 20 Jahre gesehen, dass ganz viele Schlaggrößen vergrößert worden sind, dass Hecken verschwunden sind, Wegränder verschwunden sind. Und da kann man lange über Insektensterben und Pestizide reden. Wenn da keine Lebensräume mehr sind, dann können die halt auch irgendwie nicht leben. Das ist relativ simpel. Und das heißt, das gilt es wieder aufzubauen. Und die Frage ist ja immer, wie macht man das? Wir haben immer noch 270.000 landwirtschaftliche Betriebe. Die kann man jetzt ganz schlecht einzeln abrufen und anrufen. Aber eine standardisierte Art von Maßnahme, die man auf einem digitalen Marktplatz anbieten, vermarkten, bestellen kann, das sind Modelle, wo eben auch in diesen klassischen, ein bisschen ja auch tradiert wirkenden Naturschutzthemen, wo Digitalisierung eine wahnsinnige Beschleunigung sein kann. Und ja, ich wäre ja ganz schlecht beraten, wenn ich die Chance nicht nützen würde, Wünsche an die Politik zu richten. Also vernünftige Honorierungssysteme in der europäischen Agrarpolitik aufsetzen. Dann die Förderung von regionalen Agrar-Umwelt-Kooperationen, also wo Landwirtschaft und Menschen aus dem Naturschutz, aus den Kommunen gemeinsam sagen, boah, wie machen wir das denn jetzt hier am besten bei uns in der Landschaft und in der Feldflur? Das sind so zwei der großen wichtigen Punkte. Dazu sind wir aber ehrlicherweise ja auch schon im Dialog. Prima, Dankeschön. Und natürlich, wie gesagt, mappen und sammeln wir ein bisschen weiter noch. Da fehlen jetzt schon ganz konkrete Themen. Auch Charlotte Rothart, ich würde gerne auch Sie und Andreas Heckmann noch mal aus Ihrer, natürlich auch aus der Sicht Ihrer Start-ups und Ihrer Unternehmen noch mal schildern lassen. Wo sehen Sie denn die größten technischen Möglichkeiten, Hebel durch technische Innovationen und natürlich auch gerne noch mal ein bisschen mehr teilen, wie Sie mit Ihren Lösungen dazu beitragen? Ich glaube, also viele Sachen wurden schon genannt. Es gibt wahnsinnig viele Innovationen. Ich glaube, der ganz große Gap oder das ganz große Problem ist tatsächlich eine riesige Lücke, nämlich die zwischen Pilotprojekt und Leuchtturm und wir sind alle großartig und der breiten Masse. Und also ich habe Betriebe restrukturiert und habe mich dann selbstständig gemacht, habe irgendwann gesagt, hey, ich erzähle jeden Tag das Gleiche und ich erreiche einen sehr, sehr ausgewählten Kreis von Betrieben und wir müssen eigentlich das ganze Wissen in die Masse tragen. Und ich glaube, da scheitern wir gerade sehr stark, weil Landwirte einfach zum Teil gar nicht verstehen, was wir von ihnen wollen, weil sie nicht verstehen, was sie davon haben. Frau Nick hat das gerade ganz nett gesagt, derjenige, der Daten sammelt, strukturiert und in einen guten Kontext bringt und der schafft einen Mehrwert. Das Problem liegt aber eher auch noch zu kommunizieren, welchen Mehrwert schafft der? Was habe ich als Landwirt davon und wie nutze ich das richtig? Weil wir, also ich hatte selber Sensoren im Einsatz. Ich konnte meine Tiere finden, drei Tage bevor sie krank waren, aber ich habe trotzdem nur 20 Prozent vom System genutzt. Das ist aber schon erfolgreich implementiert. Aber wir sehen auf der anderen Seite die Themen regenerative Landwirtschaft. Also ich meine, Sie haben es gerade wunderbar gesagt, wir sind, digital alleine reicht nicht. Wir alle sind Teil der Lösung. Wir Landwirte können super effizient tolle Lebensmittel produzieren. Das können wir. Wir müssen es jetzt halt nur noch massentauglicher und nachhaltiger schaffen. Und ich glaube, das Know-how ist da. Wir müssen halt nur wirklich die breite Masse dazu bewegen, das umzusetzen und die Angst zu nehmen, weil wir halt durch Pilotprojekte und hier und mach doch mal so und mach doch mal und der macht das doch auch ganz toll. Machen wir den Leuten zum Teil auch Angst. Und da ist, glaube ich, wirklich das Thema Enablement und wirklich Befähigen der Landwirte in der breiten Masse, das ins tägliche Geschäft einzubinden, das große Thema. Und das ist das, was wir bei Galaxis machen, dass wir sagen, hey, lass uns doch mal eine Konferenz machen zum Thema regenerative Landwirtschaft. Wir haben während Corona eine Konferenz gemacht mit 3000 Landwirten aus 15 Ländern zum Thema Tiertransportverordnung. Was erwartet uns? Wie kann man das tierwohlgerechter gestalten? Hat uns keiner gefördert, hat uns keiner finanziert zum Beispiel, weil es immer heißt, Wissensvermittlung ist nicht innovativ. Und dann denke ich mir immer so, okay, ja, wir müssen aber daran arbeiten, dass es passiert. Und da gibt es zum Beispiel auch Projekte, da wird ganz gut bewiesen, dass Privatwirtschaft oder Wirtschaft und Startups gemeinsam oder Innovationen gemeinsam funktionieren und dass sowas auch in die breite Masse getragen werden kann, dass zum Beispiel das Rootcamp in Hannover oder das Seathouse in Osnabrück, also Startup-Inkubatoren, die halt neue Innovationen wirklich nehmen an ihre Gesellschaft oder an ihre Gesellschaft herantragen und sagen, hey, hier gibt es ein Startup wie zum Beispiel Andreas, der kommt da gleich zu, der hat eine coole Innovation. Wie bringen wir das jetzt mit euch in die breite Masse oder wie kriegen wir das bei euch in die Anwendung? Und ich glaube, davon brauchen wir mehr. Also Enablement im Sinne von Inkubatoren, aber eben auch im Sinne von Wissensvermittlung, Angst, Leben, Aufklärung, weil das wird nachher der Punkt sein, an dem wir es wirklich in die Masse bringen. Und wenn wir das nicht schaffen, da vernehmen wir Landwirte, wir vernehmen Potenzial und wir lösen kein einziges Problem. Ja, danke schön. Andreas Heckmann, ähnliche Erfahrungen. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Ja, genau. Also danke, Charlotte, für die Steifvorlage. Also ich bin absolut der Meinung, dass wir nicht nur über Maßnahmen sprechen sollten und nicht nur über privatwirtschaftliche oder staatliche Maßnahmen, sondern wir müssen vor allen Dingen auch diese Maßnahmen quantifizieren können, ihren Wert beschreiben können, messen können, ob das wirklich auch einen Erfolg hat, ob das wirklich, in Ihrem Beispiel für Insekten, das Insektenscherben stoppt oder vielleicht sogar einen Mehrwert generiert. Und daran scheitern wir, glaube ich, aktuell. Das heißt, ich hatte auch eben schon gesagt, oder Sie haben schon gesagt, dass wir daran arbeiten, Weckvolution diese Dinge messbar zu machen. Ein Beispiel, wenn ich das Klima nicht kenne, das Mikroklima auf meinem Feld, auf meiner einzelnen Teilfläche, an meinem einzelnen Baum nicht kenne, kann ich halt sehr viele Maßnahmen beschließen, aber ich kann nie wissen, ob das jetzt wirklich auch zum Erfolg geführt hat, was ich da gerade gemacht habe. Das heißt, diese Aufgabe muss in der breiten Masse durchgesetzt werden mit einfacher Technik, die in der Masse auch ausgerollt werden kann, aber eben auch flankiert von Rahmenbedingungen, die die Politik setzt. Natürlich Rahmenbedingungen, weniger Bild zeichnen, mehr in den Rahmen bauen. Das wäre so mein Wunsch an die Politik, das auch mit einem Schmunzeln, weil oftmals sind auch Stielblüten dabei, wenn ich an den Föderalismus denke, wenn ich an die Umsetzung der Gesetze dann in den einzelnen Mikroorganisationen denke. Das ist einfach viel zu verwirrend, viel zu viel Ballast, was wir da künstlich aufbauen, was uns von der eigentlichen Arbeit, nämlich der Bestimmung, der Wertigkeit unserer Maßnahmen abhält. Und Wertigkeit, das kann die Profitabilität für den Landwirt sein, der eben eine Entlohnung bekommt oder die Landwirtin. Das kann aber auch letzten Endes ein ökologischer Nutzen sein, den wir bis heute noch nicht so richtig beschreiben können, zumindest nicht standardisiert global oder zumindest mal in der EU standardisieren können. Und da sind eben Standards sehr wichtig. Das würde ich unter dem Begriff Rahmen definieren. Es gibt noch einige heute im Raum, die ganz stark an der DIN-Norm arbeiten, die an verschiedenen Standards arbeiten, was sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt Digitalisierung in der breiten Masse auszurollen. Weil sonst sehen wir dann nicht nur staatliche Stielblüten, sondern auch privatwirtschaftliche Stielblüten, die Maßnahmen fördern. Und deswegen ist da so wichtig, dass wir da zusammenkommen und darüber sprechen. Absolut. Vielen Dank. Wollen Sie noch in ein paar Sätzen schildern, wie Sie diese Probleme mit Evolution angehen und zu einer besseren Datenversorgung? Ja, danke für die Frage. Na klar. Also Evolution hat natürlich, also ich selber komme auch von landwirtschaftlichen Betrieb, aus einem kleineren Betrieb sogar und aus Mittelgebirgslagen. Von daher weiß man immer, wieso die mikroklimatischen Verhältnisse auf den Feldern sind, so grob abgeschätzt. Aber man hat eigentlich nie die richtigen Daten gehabt. Also man weiß nicht, welche konkrete Bodenfeuchte jetzt im Tal ist und welche auf der Kuppe gerade. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass, nehmen wir das Beispiel Bodenfeuchte oder das Thema Mikroklima, alles im Pflanzenbau beeinflusst. Also die Befahrbarkeit, kann ich auf das Feld drauf fahren? Hat es da geregnet oder nicht? Eigentlich ist jetzt der Boden so durchnässt, dass quasi Sauerstoffmangel herrscht und die Pflanzen nicht wachsen können. All diese Themen sind heute noch nicht greifbar. Und deswegen komme ich immer wieder zu diesem Punkt zurück. Wir müssen es messbar machen. Und das hat mich auch dazu bewogen, letzten Endes meinen Job zu kündigen und Evolution mit anzuschieben, zusammen mit meinen Mitgründern und Mitarbeitern, weil das einfach ein Thema ist, was jeden betrifft. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir das hinkriegen. Absolut. Darüber werden wir auch noch viel heute sprechen. Vielen Dank. Ich habe nur mal gerade schon hier aufs Tablet geschielt, weil ich, wie ja vorhin gesagt habe, wir haben nur freiwillige Zuschauerbeteiligungsmomente. Aber der findet jetzt statt in der Form, dass Sie mir natürlich sehr, sehr gerne Ihre Fragen und Kommentare für unser Panel schicken können, für alle Panelisten. Und ich, die Sie gerne ins Gespräch aufnehmen. Wenn Sie irgendwie Probleme haben mit der App oder noch technische Fragen haben, dann sagen Sie gerne Bescheid. Wir haben viele Menschen hier im Team, die Ihnen gerne dabei weiterhelfen. Frau Nick, jetzt kamen ja schon viele Forderungen. Das ist ja auch was, was im digitalpolitischen Bereich sehr oft uns nachgesagt wird in Deutschland. Wir pilotieren viel, wir schieben viel an. Es gibt Pilotmaßnahmen, die Leuchtturmprojekte in der Digitalstrategie, die Experimentierfelder, die 14, die Sie erwähnt haben. Man muss ja auch irgendwo anfangen. Aber wie schaffen wir es jetzt, da wirklich den nächsten Schritt zu gehen und neben diesem Ausprobieren und dem Experimentieren, was wir ja auch brauchen, eben zu skalieren und massentaugliche Angebote zu machen? Ja, weil ich glaube, wir sind tatsächlich in dieser ersten, ganz frühen Start-up-Förderung schon ziemlich gut und dann ist ja dieses Thema, dass es dann länger läuft. Da haben wir ja über die Landwirtschaftliche Rentenbank ja auch eine Förderung, einen Accelerator da gegründet. Das evaluieren wir gerade. Natürlich ist immer das Thema Finanzen, kann man eben genug Finanzen, oder schaffen wir es da eben, danach zu suchen. Aber ich glaube, das ist wirklich der nächste Schritt, den wir jetzt wirklich diskutieren müssen, damit wir die Dinge in die Breite bringen und tatsächlich Unternehmen dann auch länger begleiten können, weil es ist natürlich auch mit einem hohen finanziellen Aufwand, wenn man diese auch spezielle, herausfordernde Technik eben auch tatsächlich dann in die Breite bringen wollen und eben auch unsere tollen Start-up-Innen da auch unterstützen wollen. Und das andere Thema, was ja jetzt auch noch war, war mit den Daten. Das ist ja tatsächlich immer auch dann, an wem gehören die Daten, die Sicherheit. Also wir sind da groß interessiert, dass wir tatsächlich Datenplattformen entwickeln, entweder auf europäischer oder eben deutscher auch Plattformen, also landwirtschaftsdaten.de. Aber es gehört eben dann auch auf den Ländern, die Daten und dann eben die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Also von außen sieht es dann vielleicht aus, wir sind langsam oder so. Aber es ist rechtliche Sachen, es ist eben kompliziert mit Daten und wir arbeiten intensiv und hoffen natürlich dann bald, den nächsten Schritt zu kriegen und da eben diese Vernetzung zu machen. Es geht ja darum, dass wir dann zugreifen können auf die Daten. Also klar, wir leben eben in einem Rechtsstaat, das finden wir auch alle sehr gut. Und im Hintergrund, will ich nur sagen, laufen sehr, sehr viele und intensive und engagierte Arbeiten, damit wir das, was hier auch alles gefordert wird, dann auch in einer guten Weise hinbekommen. Da gibt es gleich schon viele Vorschläge, wie man es noch besser machen kann, glaube ich. Eine Rückfrage nochmal an mir, müssen wir nicht aber auch ein bisschen anders darüber nachdenken, wie wir digitale Ressourcen schaffen. Ich persönlich erlebe immer mehr Gründer und Gründerinnen mit durchaus tauglichen wirtschaftlichen Geschäftsmodellen, die aber gleichzeitig sich auch mehr für offene Ressourcen einsetzen, für das Datenteilen einsetzen, Schaffen von Standards wurde schon von allen eigentlich betont auf dem Panel. Also wie kann man vielleicht da auch seitens der Bundesregierung darüber nachdenken, als dass ja einmal die Daten, die sozusagen von der öffentlichen Seite an die Privatwirtschaft kommen und natürlich auch die Daten, die von der Privatwirtschaft wieder an die öffentliche Seite kommen, um zu planen, wie man mehr im Sinne von Ressourcen aufteilen, offene Systeme schaffen, von dem dann eben auch mehr Leute, also mehr Landwirte im Zweifelsfall profitieren können. Passiert da schon einiges in diese Richtung? Ja, also da passiert sehr viel und auch von der Priorität. Also man muss einfach mal sehen, im Vergleich wie von Finanzmitteln oder auch von der Stellenausstattung, wie wir tatsächlich für Digitalisierung von unserem Ministerium bereitstellen, sieht man, dass das wirklich eine hohe Priorität bei uns hat. Aber natürlich sagt mir ja auch jeder Landwirt, ich will aber meine Daten behalten. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch gesehen, ohne wirklich viele Daten können wir tatsächlich die Herausforderung nicht schaffen. und wir wissen gar nicht, ob wir sie schaffen, also das muss man ja immer an dieser Stelle sagen, das ist gar nicht so unkompliziert, was wir da in Zukunft auf uns zukommen, machen. Aber wir haben da eine sehr, sehr hohe Priorität und versuchen da eben auch weiter wirklich zu unterstützen, weil das glaube ich, was Sie gerade geschildert haben, auch Mikroklima, Makroklima, da müssen wir wirklich vorankommen und da auch die Daten wirklich helfen. Aber natürlich auch unsere ganzen anderen Programme, gemeinsame Agrarpolitik und so weiter, jetzt Agroforst-Systeme werden in diesem Jahr zum ersten Mal gefördert. Also das sind dann natürlich auch alles Themen, in die wir eben auch wirklich Geld reinstecken müssen, damit wir tatsächlich die Klimaanpassung hinbekommen. Ja, ich würde noch mal kurz noch mal darauf hinweisen, also mehr den Rahmen bauen, weniger das Bild zeichnen. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Agroforst-Systeme werden gefördert. Das ist super, finde ich auch. Also ich bin großer Kiribaum-Fan, aber super. Aber letzten Endes muss man auch beziffern können, ob das dann auch eine Kohlenstofffixierung nach sich führt, ob die Bäume dann anwachsen oder ob sie vertrocknen oder wenn sie einfach pauschal in Regionen gepflanzt werden, wo sie gar nicht dafür geeignet sind. Das heißt, eine fixe Förderung hilft da wenig und auch bei Start-ups eine fixe Förderung hilft da wenig. Also ich bin jetzt nicht darauf auf, Fördergelder abzugreifen, sondern ich will ein Geschäftsmodell etablieren, was letzten Endes dann die Einnahmen und die Mitarbeitenden bezahlt. Und das ist eben ein Punkt, also vielleicht auch ein Missverständnis. Ich glaube, in Deutschland und Europa sollten wir weniger auf Förderung und Anreize in der Form setzen, dass sie genau beschreiben, was zu tun ist, sondern wie gesagt, die Rahmenbedingungen setzen, damit zum Beispiel es endlich ein europäisches Bodenkataster gibt oder europäisch einheitlich Flächengrenzen abgerufen werden können. Was es auch alles schon gibt eigentlich, aber es hält sich keiner dran. Und je weiter wir runterkommen, je mehr der Föderalismus uns dort in die Quere kommt, desto schlechter wird es. Und das sind einfach die Punkte, die wir adressieren müssen. Und gerade wenn wir uns jetzt neue Themen annehmen, dann wird das noch umso kritischer. Also wenn Sie KI ansprechen, geht es halt auch darum, dass man letzten Endes Dateninterruptität ermöglicht, dass man letzten Endes da auch Rahmenbedingungen schafft, wie mit den Daten umzugehen ist, damit jeder sich daran auch halten kann. Und das auch nicht alle zwei Jahre ändern, sondern möglichst auch konstant halten, solange wie es geht. Das heißt, Rahmen setzen weniger das Bild zeichnen wäre so meine große Bitte für den heutigen Tag. Ich muss mich ein bisschen anschließen. Also ich danke für die Stellvorlage dieses Mal von dir. Es ist tatsächlich so, dass so das Thema Datenhoheit ist den Landwirten tatsächlich gar nicht so unfassbar wichtig. Also klar ist es mir wichtig, dass ich Zugriff auf meine Daten habe, dass ich damit arbeiten kann. Aber wir sehen halt auch immer, dass das Thema Datenhoheit und eine zu hohe Verklausulierung in dieser Föderalismus, also dieses aktive Eingreifen und Grenzen setzen halt eher dazu führt, dass auch ein Frust entsteht. Also dass vielleicht auch Tools, mehrere Tools auf einem Betrieb nicht so miteinander arbeiten, weil es halt doch sehr kompliziert ist, weil wahrscheinlich eher in der Privatwirtschaft dann der Streit um die Daten geführt wird und nicht bei Landwirten. Das ist der erste Punkt. Und eben kam auch die Aussage, Landwirte haben Angst vor KI. Nein, Landwirte haben keine Angst vor KI. Wenn sie herausfinden, was sie damit alles machen können und sie arbeiten da jeden Tag schon mit, dann ist es der Punkt. Wir müssen den Landwirten die Angst nehmen. Wir müssen diese Tools angreifbar machen und eben ganz klar darstellen, was sie einem nutzen. Wenn ich einem Landwirt darstellen kann, was eine Vernässung seines Moores, also ich habe das eben am Rande mitbekommen, bringen kann oder was eben eine regenerative Maßnahme nehmen kann, wie es hier Klim, ich habe Lutz eben gesehen, sehr, sehr gut darstellt und sehr, sehr gut macht. Also wir haben da sehr, sehr gute Ansätze und wie, einfach um das wieder zurückzuführen, wie Andresch gesagt, einfach Rahmenbedingungen geben, damit das wachsen kann, eben indem man dezentral fördert, Startup-Ökosysteme fördert, aber generell Digitalisierungsinitiativen in einer sinnvollen Form fördert. Ich glaube, darum wird es gehen und das nicht nur zu sagen, wir haben die Rentenbank, die machen einen guten Job, alles gut, aber es gibt halt so viel mehr Keim oder so Ökosysteme in Deutschland, wo halt solche Sachen entstehen und auch in die Masse getragen werden und es funktioniert. Dankeschön. Ich würde gerne nochmal zwei, drei Punkte ergänzen, aus meiner Sicht. Also zum einen, wir brauchen diese Daten auch für das öffentliche Monitoring. Wir wissen oder wir haben damals bei dem Insektensterben festgestellt, wir wussten, dass die Landwirtschaft sich intensiviert hat, aber am Ende waren es die Daten von einer ehrenamtlichen Fachgesellschaft für Insekten, die das über 20 Jahre mal gemacht hat und dann waren alle ganz entsetzt und ganz böse und wie können die nur und so, aber es gab halt auch nichts Bessereres. Also da muss man auch schon so sagen, öffentliches Monitoring ist halt dann nicht da und wie soll dann Politik in den Rahmen setzen, wenn man gar keinen Rahmen, gar keine Daten hat, um diesen Rahmen wirklich dann qualifiziert abzusichern. Das Zweite ist so ein bisschen die Frage von Akzeptanz für Innovation, weil da sind wir ja momentan in Deutschland immer wieder dabei, bei der Frage der Digitalisierung und ich weiß, dass es bei Landwirten oft sehr positiv offengenommen wird, aber wie kriegen wir es hin sozusagen, dass wir uns offen austauschen über die Pros und Kontras, wie kriegen wir eine Art von partizipativen Ansatz bei sowas wie Technologieentwicklung und Digitalisierung hin. Da gibt es auf der europäischen Ebene Themen, die uns da so Modelle vorschlagen, dass man mit so einer Art runden Tischen, mit zufällig ausgewählten Leuten, aber mit sehr transparenten Kommunikationsprozessen was macht. Das wissen wir nicht, ob das funktioniert. Und das wissen wir auch nicht, ob das in Deutschland, wo wir ja eher risikoorientiert gucken, wirklich funktioniert. Aber wenn man es nicht probiert, dann wissen wir es auch in zehn Jahren noch nicht. Und das ist so ein bisschen der Punkt, dass wir sagen, wir müssen Dinge auch einfach mal ausprobieren, intensiv monitoren und wenn sie nicht fliegen, dann werden die nach drei, vier Jahren, also was auch immer dann ein sinnvoller Zeitraum ist, abgeschafft. Und letzter Punkt, wir sollten aufpassen, dass wir nicht einfach sagen, Mensch, Europa ist komplex und Deutschland noch viel mehr und Föderalismus und, und, und. Das sind die demokratischen Rahmenbedingungen, die wir haben und wir werden kein Zentralstaatssystem hier aufbauen. Das heißt also, wir müssen Lösungen finden, mit denen wir das jetzt hinkriegen und auch da hilft Bund-Länder-Austausch, da hilft es zu versuchen, so weit wie möglich gemeinsam Dinge mit den, mit den Expertinnen und Experten zu entwickeln. Aber ich störe mich immer so ein bisschen, wir als Naturschützer machen das aber auch, dass wir das Föderalismus Lamento anstimmen, weil das ist die Nachkriegsordnung Europas, die hat uns auch viele positive Dinge gebracht. Jetzt gilt es dafür zu sorgen, dass sie uns nicht zum Nachteil gereicht, wenn es darum geht, Standardsrahmen zu setzen. Da können aber eben auch Institute wie das DIN-Institut oder wie die Leibniz-Institute mit Standardisierungsvorschlägen sicherlich helfen. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube weniger, also eine Sorge ist natürlich Datenhoheit, aber was auch für viele Sorgen ist, dass tatsächlich kleinere Betriebe sich tatsächlich das nicht leisten können, diese neuen Erkenntnisse, Robotik, was auch immer. Und ich glaube, da müssen wir auch als Politik oder als Community darauf achten, dass eben diese Sachen, die wir entwickeln, die ja oft auch Arbeitserleichterungen sind und so weiter, dass die wirklich auch tatsächlich verfügbar sind, eben auch für kleinere Höfe, denn da brauchen wir jetzt, das wissen wir natürlich auch, eine vielfältige Hofstruktur bedeutet tatsächlich auch Naturschutz und das ist uns auch ein großes Anliegen. Ich glaube, da müssen wir immer drauf achten. Aber gerade KI ist ja auch oft über, wenn man, was weiß ich, Bodenseeregion und da sind viele Apfelbäume und wenn da KI natürlich zur Verfügung gestellt, frühzeitig Schaderreger festzustellen, auch Wetter, Wind, was weiß ich alles, was man dann damit berechnen kann und dann da eben frühzeitig einsetzen. Dann wiederum hilft das ja der gesamten Region, auch dem wirklich klein strukturierten Landwirte, die da eben sind. Und dann wiederum, glaube ich, ist das sehr gut. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine der großen Herausforderungen, dass das eben nicht nur für die großen Betriebe tatsächlich von Nutzen ist. Ja, wir haben eine Publikumsfrage bekommen, die sehr gut zu dem Punkt passt, an dem wir gerade in der Diskussion sind, nämlich, welche konkreten Maßnahmen Sie gegebenenfalls planen, um die föderalen regulatorischen Anforderungen für Landwirte bundesweit zu vereinheitlichen und zu vereinheitlichen von Herrn Hülsding. Jetzt haben wir ja schon ganz kurz eben skizziert, was in die Richtung passieren könnte. Gibt es noch weitere Dinge, die geplant sind seitens der Bundesregierung mit Hinblick auf Föderalismus und Vereinheitlichung von Adaption? Das ist ja nicht nur ein Bereich in Digitalisierung. Wir arbeiten immer mit den Ländern zusammen und da gibt es Bund, Länder, Arbeitsgruppen und natürlich, das sind dann unterschiedliche Länder und das muss man natürlich dann immer bündeln. Das ist ein leichter Kraftakt, aber wir haben ja gehört, das hat ja auch vieles Gutes für sich und da dann eben in eine gute Möglichkeit kommen, dass wir dann auf die Daten der Länder zugreifen oder die eben uns geben. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber ja, ich glaube, wir sind hier in einem herausfordernden Umfeld und technisch haben wir da wirklich einiges zu tun, aber das ist dann die Antwort dafür. Ja, und richtigerweise in allen Sektoren, wie Sie gerade gesagt haben. Also ich würde gerne einen Aspekt noch einbringen. Was wir momentan erleben und ein Beispiel dafür war in der Vergangenheit, der Umgang mit den Düngemittelüberschüssen, die wir sozusagen im Boden und in Gewässern finden, ist, dass wir von Teilen der Community, von Teilen der Industrie, von Teilen von Lobbyorganisationen einen Wahnsinnsverzögerungskampf immer wieder haben. Und das würde ich mir wünschen, dass wir in den Diskussionen, und ich weiß, das ist manchmal ein frommer Wunsch, dass wir aber in den Diskussionen ein bisschen mehr sagen, okay, das ist da draußen ein Problem und ja, wir müssen bestimmte Dinge wirtschaftlich umstellen, aber es hilft jetzt nichts, nur auf Stimmungen zu setzen, Alarmismus zu produzieren, Zweifel zu sehen oder sowas. Wir werden das mit der Klimakrise, mit der Anpassung an den Klimawandel und wir werden das mit der Naturkrise nicht schaffen, in dem Moment, wo wir das alles zerreden, problematisieren und im Prinzip nie die Leute zusammenbringen. Und deswegen bin ich so ein Fan dafür, auch auf der regionalen Ebene sehr stark die Zusammenarbeit zu fördern, weil auf der Bundesebene hat man eben diese vielen unterschiedlichen Player, das wissen wir. Und ich bin fest davon überzeugt, dass am Ende nur Menschen Menschen überzeugen und das heißt, alles, was Papiere sind und alles, was wir auf der Bundesebene machen, und da nehme ich mich selber vollkommen mit ein, das ist am Ende nur ein Teil der Lösung, weil am Ende brauchen wir die Menschen vor Ort, die es tun. Und deswegen diese Förderung des Dialogs und des Zusammengehens in den Agrar- und Umweltkooperationen, beispielsweise von Landwirtschaft, von Umwelt- und Naturschützern, von Kommunen und Kommunalvertretern, damit es da vorangeht. Und da, finde ich, können dann eben natürlich auch innovative Start-ups, da kann Technikträger, da können all diese Fragen dann auch mal im lokalen Kontext besprochen werden, weil zwischen Bodensee und Flensburg ist ja in der landwirtschaftlichen Problemlage ein Riesenunterschied. Also das kann ich nur unterstreichen. Also lokale Initiativen finde ich sehr gut. Was ich noch mal kurz hervorheben möchte, ist einmal das Thema Föderalismus, weil, sorry, dass ich das noch mal sage, das Kampfwort, wir können es auch irgendwie anders formulieren, wenn Sie einen Vorschlag haben. Aber der Punkt ist schon, man kann jetzt nicht einfach so zur Seite schieben, kann sagen, da ist nichts, weil auch Menschen auf lokaler Ebene sind ja letzten Endes dann auch nur produktiv, wenn sie an den eigentlichen Problemen arbeiten, nicht analoge Anträge ausfüllen oder irgendwo hier noch ein Kreuzchen setzen. Also das meinte ich, dass man dort letztens sich auf ein Gleismaß einigen muss. Die Norm, genau, hatte ich auch schon angesprochen, genau richtig. Aber es muss dann auch umsetzbar sein und umsetzbar bleiben und nicht im Nachhinein noch durch Bundesinitiativen oder europäische Initiativen dazu führen, dass wieder ein riesiger bürokratischer Akt notwendig ist. Vollkommen davor. Meine Kritik war vorhin wirklich nur, dass wir in diesen Diskussionen oft dabei sagen, ach, wenn wir doch den Föderalismus bloß nicht hätten, dann wäre das so alles so unglaublich viel einfacher. Und die Diskussion führt ins Nichts. Ich würde sagen, zusammengefasst erkennen wir alle Probleme, also alle Growing Pains der Digitalisierung und der digitalen Transformation in Deutschland im Agrarbereich. Besonders die fehlenden Datengrundlagen, die Problematik, die wir eben durch unseren starken Föderalismus, den wir demokratisch aus dieser Perspektive alle gutheißen und behalten wollen, aber aus administrativer Perspektive eben oft herausfordernd sein kann. Ich habe noch eine Publikumsfrage, die ich einbringen möchte. Und Charlotte Rudert, ich wollte auch gerne noch mal auf Sie zurückkommen. Vielleicht haben Sie eh noch was, was Sie ergänzen möchten. Aber außerdem wollte ich auch noch mal zurückkommen auf die Veranstaltung, die Sie erwähnt haben und die unterschiedlichen Initiativen, die Sie von sich aus starten. Und welche andere Art von Unterstützung Sie sich vielleicht auch aufgrund der vielen Dinge, die bereits passieren, trotzdem noch wünschen würden in Ihrem Arbeitsbereich? Also ich glaube, das kann ich gemeinsam beantworten. Also es klingt alles sehr negativ hier. Und es ist ja auch ganz gut, dass hier auf Schwächen eingegangen wird, die wir haben und auf Potenziale, die da sind. Ich glaube tatsächlich, letztens habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil ich auf einem Podium war und dann hat sich Bauernverband und Politik mal wieder assets finest zerfleischt. Nichts gegen den Bauernverband, nichts gegen die Politik. Ich nehme da keine Position und da habe ich irgendwann aufgestanden, habe ich die angeguckt und habe gesagt, nimm es mir nicht übel, aber wir können jetzt hier die PS auf der Straße verlieren, weil ihr hier euch damit beschäftigt seid, euch zu bekriegen. Wir können aber auch einfach das nehmen, was wir haben, nämlich wahnsinnig viele motivierte Landwirte und wir haben mega gute Landwirte in Deutschland. Ja, die sind manchmal ein bisschen schwierig und vielleicht manchmal ein bisschen eingefahren, aber die haben alle das Potenzial, super Lebensmittel, wie gesagt, super effizient zu produzieren und ein Teil der Lösung zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da hin müssen, auch mal zu sagen, hey, nicht ihr Landwirte, sondern hey, wie kriegen wir gemeinsam das hin? Und das ist tatsächlich unser Punkt, in dem wir sagen, hey, wie schaffen wir es, möglichst viele Menschen für ein Thema zu begeistern? Wie schaffen wir es, möglichst viele Menschen für regenerative Landwirtschaft zu begeistern? Wie schaffen wir es, viele Menschen für Artenvielfalt und die Vernässung der Moore? Ich habe selber auch in Norddeutschland gelernt. Es ist jetzt nicht so, dass mir das so leicht über die Lippen geht. Zu begeistern, wie schaffen wir es? Ich hatte gestern einen Anruf von drei Veterinärämtern, die gesagt haben, Frau Roder, können wir was zum Thema Tierschutz machen? Sie haben 7000 Milchviehhalter in Ihrer Datenbank. Können wir was machen? Und dann frage ich halt so, ja, total gerne, aber ich muss halt Kameramänner, Didaktiker, Fachleute irgendwie bezahlen. Wer fördert das Ganze denn? Und das haben wir aktuell tatsächlich so gemacht, dass wir auch privatwirtschaftlich uns finanzieren. Das heißt, wir arbeiten mit Produktplatzierungspartnern, wir arbeiten mit Wissenschaftspartnern zusammen, um das sicherzustellen. Wir machen gerade, ich weiß, ihr seid Sponsor, eine Aktion mit einem, also Europas größtem John Deere-Händler. Da geht es gerade darum, erfolgreich dreschen in roten Gebieten, weil die Technik dafür ist auf den Schleppern. Wir können mit dieser ganzen Thematik umgehen. Also wie schaffe ich es da, nachhaltig einen sehr, sehr guten und trotzdem profitablen Job zu machen, ohne Angst zu haben? Wir machen aber auch mal Pro Bono-Geschichten zum Thema Tierschutz oder Nachhaltigkeit. Wir machen auch mal Pro Bono-Geschichten, also die wir quasi einfach dann von uns aus aus einer intrinsischen Motivation machen. Also ich glaube, da würde ich mir tatsächlich ganz gerne auch mal wünschen, dass ich sagen kann, hey, wir würden gerne was zum Thema Tierschutz oder Nachhaltigkeit oder Vernässung der Moore machen, ohne dass ich dann an 80 Fördertüpfe anklopfen muss und mir immer anhören darf, ach so, sie wollen Wissen in die Masse bringen. Ja, das ist aber nicht innovativ. Das ist schon irgendwie ein Schlag ins Gesicht, wenn man sich so denkt, aber wir haben doch Landwirte, die das wollen. Können wir da mal drüber sprechen? Also das ist schon ein konkreter Wunsch, den ich habe. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, ich habe ja auch einige unserer Partner heute gesehen, dass wir wahnsinnig dankbar sind, dass es auch privatwirtschaftlich finanziert wird. Das ist das, was auch, wie gesagt, im CITOS in Osnabrück gut funktioniert. Da gibt es Initiativen. Und ich glaube, wenn wir das fördern, subventionieren und dafür sorgen, dass, also ob das jetzt geltlich oder mit einfach Frühspruch und Rahmenbedingungen ist, wenn wir das schaffen, dann sind wir in der Lage, relativ schnell relativ große Effekte zu erzielen und Landwirte dazu zu bringen, den nächsten Schritt zu machen. Und das können wir, wie gesagt, nur gemeinsam tun. Eine Publikumsfrage, die für Sie, Herr Krüger, reinkam. Und zwar, was verstehen Sie unter den Honorierungswegen, die Sie in der EU diskutieren? Können Sie das noch mal ganz kurz erklären? Ja, kann ich gerne machen. Wir haben ja momentan in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, gerade bei den Agrarumwaldmaßnahmen, die Situation, dass es eher auf einer Kostenerstattungsbasis ist. Und die Frage ist, ist es für einen Betrieb auch betriebswirtschaftlich lohnend und interessant? Und Landwirtschaft ist, da ist das Wort Wirtschaft mit drin. Das ist nicht etwas, wo ich sage, da honoriere ich im Prinzip durch eine Subvention und fördere noch so ein bisschen, die es ansonsten wirtschaftlich nicht schaffen, sondern wir wollen eine Leistung. Wir wollen, dass da quasi genauso Kiebitze und Feldlärchen und Kuckuckslichtnelken produziert werden, wie eben gesunde Ernährung produziert wird. Und dafür muss dann eben auch so sein, dass es sich für einen Betrieb als Einnahmezweig so lohnt, dass man sagt, man hat seine Kosten, die man natürlich erstattet kriegt, aber man muss auch was dran verdienen. Natürlich ist es immer dann, wenn wir über eine Honorierung aus öffentlichem Geld reden, wird es da nicht einen 20-prozentigen Aufschlag geben. Das muss einem auch klar sein. Aber wenn man so in diesen Bereich von zwei bis fünf Prozent geht, sodass man eben auch im Prinzip für Innovation und Investitionen und all diese ganzen Dinge, die man betriebswirtschaftlich braucht, etwas aufbauen kann, das halten wir dafür erforderlich. Wir sehen auch, dass es zunehmend sicherlich private Honorierungsmodelle geben muss. Das ist auch und zwar auch jenseits der Philantrophie. Natürlich kann man immer jemanden versuchen zu finden, der sagt, ich möchte, dass die Wiese hier am Ortsrand weiterhin so schön blüht und dann zahle ich da aus Geburtstagsspenden und was weiß ich nicht was. Aber mir schwebt da eher etwas vor, wo ich sage, Mensch, wie ist es denn mit den großen Abnehmern von landwirtschaftlichen Produkten? Wo haben die denn ihre Verantwortung für die Biodiversität in der Lieferkette? Und kriegen wir es dahin, dass wir ähnlich wie in der Klimakrisendiskussion Zahlungsströme entwickeln und generieren, wo man sagt, man hat am Ende zertifizierte Hecken, zertifizierte Kuckuckslichtnelkenwiesen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen. Und damit verdienen Landwirte genauso Geld wie mit der Milch oder mit dem Korn, das sie da ernten. Dankeschön. Frau Nick, jetzt haben wir ganz viele Wünsche mitgeteilt. und ganz viele Ideen. Und ich würde gerne abschließend für unsere Diskussion Sie noch mal fragen, was Sie von heute mitnehmen, aber vielleicht auch mit Hinblick auf hoffentlich die Tradition dafür nächstes Jahr, wo wir dann vielleicht in der Diskussion angekommen sind, wenn alles gut läuft. Ja, da wird sicherlich einiges passiert, weil das finde ich ja schon auch rasant, die Entwicklung. Das waren ja bisher, also vor fünf, drei, vier Jahren waren das oft noch Zukunftsbilder, wo wir über Robotik und all diese Dinge sprechen. Und dann stehe ich jetzt schon in irgendeinem Gartenbaubetrieb oder Baumschule und fupp fährt da so ein Ding an mir vorbei und macht das auch wirklich gründlich. Oben wird geschnitten und unten wird Unkraut und was weiß ich alles. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die riesigen, vielen Themen, wo wir eben wirklich noch Handlungsbedarf haben. Also zum Beispiel, wir wollen weg von Glyphosat und in sehr steilen Hanglagen im Weinbau. Ich weiß auch nicht, da haben wir im Moment noch keine Lösung. Und da müssen wir eben auch gucken, wie wir da wirklich weiterkommen. Und da sind natürlich die Probleme im Moment tatsächlich noch viel größer, als wir die Lösung haben. Wir sehen die Lösung am Horizont. Und deswegen, ich fand es wirklich gut. Ich bin da auch wirklich ärgerlich, dieses gegenseitig sich Schuld zu schieben über irgendwelche Sachen und oh Gott, und wir können nicht Dünger einsparen. Ich habe jetzt gerade auch bei jungen Landwirtinnen und Landwirten, die sind engagiert, die sind, wenn man gerade noch im internationalen Kontext unterwegs ist, wir haben so gut ausgebildete Landwirtinnen und Landwirte und wir haben, die sind motiviert und die können das auch. Und wenn wir da wirklich in diesem Geplänkel und auch manchmal mit dem Bauernverband und aber auch mit der Politik, ich will da gar niemanden, auch wenn ich dazu gehöre, rausnehmen, anstatt da wirklich voranzukommen und die Dinge in die Hand nehmen und da auch gar nicht mehr, also wir können das und wir können das gut und da wird auch gar nicht, da wird zielgenauer gedünnt, die Pflanze kriegt genug ihre Nährstoffe und trotzdem landet nichts unten im Grundwasser, was wichtig ist. Wir haben gehört, wie wichtig Wasser ist. Also es ist eigentlich, wo man denkt, mein Gott, wir könnten es uns eigentlich alle so einfach machen, aber man muss ja nur gucken, gerade die große Politik, es ist tatsächlich schwierig und ständig wird mehr Nein gesagt als Ja und das erlebe ich aber tatsächlich auch bei Ihnen, aber eben auch bei unseren Landwirtinnen und Landwirten, dass da eben viel Ja gesagt wird und das müssen wir auch, weil das muss man in aller Ernsthaftigkeit ansehen, dass die Herausforderungen tatsächlich gerade noch immens sind und deswegen hoffe ich sehr, dass Sie jetzt an dieser Konferenz sehr viel tatsächlich arbeiten, neu lernen, aber natürlich dann in einem Jahr wir wieder einen Schritt weiter sind und das muss ein großer Schritt sein, damit wir das alles schaffen. Ja, danke schön. Es gibt viel Diskussionsbedarf, deswegen ist es auch toll, dass Sie heute hier sind, Sie alle drei heute bei uns sind. Vielleicht gibt es ja noch einen Moment, sich nochmal auch ein bisschen jetzt auch außerhalb der Bühne noch auszutauschen heute zu den Themen und wir werden aber auch auf der Bühne direkt weiter diskutieren, vor allem eben auch die Daten des Themen heute weiter diskutieren. Ganz herzlichen Dank und Applaus an alle vier, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.